Willkommen zu der Peachtree Morning Show von DCI. Der smarte Start in den Tag. Viel Vergnügen! Ich heiße alle herzlich willkommen zu der Peachtree Morning Show und heute habe ich ganz besondere Gäste. Ich habe Mr. Bin Nguyen, hallo Bin, aus Vietnam. Er ist der DCI-Veranstalter in Vietnam. Er ist ein großartiger DCI-Lehrer mit sehr, sehr vielen Studenten. Ich glaube an die 10.000 Studenten in Vietnam. Er ist ein Geschäftsmann in dem Bereich für Erziehung schon seit vielen Jahren. Er ist ein Absolvent der SCIM-Akademie und darüber hinaus realisiert er ein fantastisches Programm, Häuser bauen für arme Menschen in Vietnam. Wie viele Häuser sind es bisher, Mr. Bin? 355 bis jetzt. Wow! Sie haben 355 Häuser gebaut für arme Menschen. Unglaublich! Und Uta Scharf aus Deutschland-Berlin. Sie ist auch eine DCI-Lehrerin. Sie ist eine Diamond X-Sprecherin. Sie ist zu allen Semestern der Sedona Akademie gekommen. Zehn Semester und sie ist eine berühmte Expertin für die schönen Künste in New York seit vielen Jahren. Sie führte ihre eigene Galerie. Sehr exklusive Galerie. Und nun ist sie in Berlin. Also herzlich willkommen. Mr. Bin, möchtest du heute der Gastgeber sein? Ja, ich bin glücklich, hier in diesem Programm dabei zu sein. Wir sind bereits in der Episode 67, der 12. Mai. Allen einen schönen guten Morgen. Und ich bin glücklich, hier dabei zu sein. Und jetzt wollen wir euch die Frage für heute von der Dame aus Singapur zeigen. Hallo, Geshe-La und alle Lehrer. Mein Name ist Kili und ich bin aus Singapur. Und diese Frage möchte ich heute stellen. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Unternehmenswelt und ich habe festgestellt, dass mir das gar nicht gut gefällt in der Unternehmerbranche. Der Grund, dass ich in der Branche arbeite, ist das Einkommen, um zu überleben. Und so möchte ich fragen, welches ist der Same, den ich pflanzen kann, um aus der Unternehmensbranche herauszukommen zu können, ohne mich um die finanziellen Verpflichtungen und die meiner Lebenserhaltungskosten Sorgen machen zu müssen und das in meinem Leben zu verfolgen zu können, was ich wirklich machen möchte. Danke. Yay. Das ist eine sehr interessante Frage. Für mich enthält sie zwei Teile. Zum einen Teil möchte sie nicht länger in der Branche arbeiten und zum anderen Teil, wie sie zur finanziellen Freiheit kommen kann und tun, was immer sie möchte. So, nun starten wir mit Gisela. Welchen Samen muss sie legen, um nicht mehr in der Unternehmensbranche zu arbeiten, arbeiten zu müssen? Ich mache es kurz und dann frage ich Mr. Binn, darüber zu sprechen. Ich hatte das gleiche Problem, als ich in dem Diamantgeschäft war und ich war in der Diamantbranche für 19 Jahre. Nach ungefähr 17 Jahren merkte ich, dass ich nicht länger dort bleiben wollte. Das Unternehmen wurde sehr groß. Jede Menge Kopfschmerzen, weißt du, und jede Menge Probleme und ich wurde müde in dem Geschäft. Aber natürlich, wie Kili schon sagte, müssen wir Geld machen. Wir müssen ja irgendwo von leben. Wir können nicht einfach so aufhören. Also, ich werde dir jetzt einen praktischen Vorschlag machen, einen ganz normalen Vorschlag. Und dann hoffe ich, dass Mr. Bing und Uta dir Vorschläge für die Samen machen werden. Mein praktischer Vorschlag wäre, spare etwas Geld. Fang an, etwas von deinem Geld zu sparen. Und was ich tat, ich sparte Geld für circa drei, vier Jahre und dann hatte ich ein ganz schönes, gefülltes Bankkonto. Und dann ging ich in die Firma und sagte, ich möchte gerne schrittweise aussteigen. Ich kann hier nicht für immer bleiben. Auf diese kleinen Steine schauen, diese kleinen Steine. Ich bin müde. Wisst ihr, ist es möglich, dass ich für vier Tage hier arbeiten kann und nach sechs Monaten würde ich drei Tage die Woche arbeiten und nach sechs Monaten würde ich für zwei Tage die Woche arbeiten und dann würde ich gerne ganz aussteigen. Das ist mein praktischer Vorschlag. Es ist kein Samenvorschlag, aber spare dein Geld und dann steige schrittweise aus deinem alten Job aus und schrittweise in deinen neuen Job ein. Stufenweise. So wie dies und wie das. Okay, Mr. Bing, was denkst du? Welchen Samen? Also gemäß des DCI-Systems, um finanzielle Freiheit haben zu können, musst du vier Schritte benutzen. Für mich ist der erste Schritt, ich möchte finanzielle Freiheit. Um finanzielle Freiheit zu haben, müssen wir nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir haben freie Zeit, einen freien Lebensstil. Das ist sehr wichtig. Im zweiten Schritt wähle ich einen karmischen Partner. Also was ich wähle, ich wähle meine Angestellten, ich wähle meine Universität, ich wähle meine Kunden, um mit ihnen zu pflanzen. Im dritten Schritt, da tue ich viele Dinge. Ich pflanze ganz konkret Samen. Siehst du mein großes Glücksschwein? Ich habe drei davon. Einen für meine Mutter, den anderen für diese Eispende und den anderen für die drei Juwelen. Ich füttere ihnen jeden Tag, um eine große Prägung in unserem Geist zu hinterlassen. Und der Samen wird später aufgehen. Das zweite ist, ich baue Häuser für arme Leute. Es geht dabei nicht nur um das Haus. Ich helfe ihnen, ihren Traum zu verwirklichen. Also wird mein Traum auch wahr werden. Und das dritte ist, ich kreiere den Fonds, um eine Brücke zu bauen zwischen armen Menschen, die Schule für die Kinder. Und als letztes mache ich Kaffeemeditation. Jeden Abend. Ich habe viele Dinge, über die ich Kaffeemeditation mache. Und nicht nur das, ich unterrichte anderen, die DCI inhalte. Ich zeige ihnen, wie sie die vier Schritte nutzen können. Im Moment unterrichte ich mehr als 3000 Menschen in Vietnam, innerhalb von drei Jahren. Ja, ich unterrichte ihnen das Wissen, die Theorie, auch wie sie Geld machen können. Ich stelle sie ein, damit sie ihr Einkommen verbessern können. Also was ich in Vietnam mache, da folgen mir eine Menge Personen und sie haben Erfolg. Bei mir selbst ist das Ergebnis, nach drei Jahren, da habe ich siebenfachen massiven Geldzufluss. Also jeden Tag kommt es auf mein Konto. Ich glaube an finanzielle Freiheit und deshalb fokussiere ich mich darauf, DCI in ganz Vietnam zu verbreiten. 95 Millionen Menschen. Und dann unterrichte ich die Leute ganz einfach, jeden Tag das Geld da rein zu tun, die Kaffeemeditation zu machen. Es sind die einfachsten Dinge zu tun. Für mich sind die vier Schritte einfach. Versuche es. Du wirst es cool finden. Also, nach drei Jahren bin ich sehr glücklich mit meiner finanziellen Situation. Und wie ist es bei dir, Uta? Hast du noch mehr Ideen? Nummer eins, Ben, ich habe dir sehr gut zugehört. Das ist wirklich eine brillante Lehrstunde heute Morgen. Ja, ich würde gerne Kiri sagen, also, wie sie an diesem Punkt sieht, dass sie in einer Weise die Arbeit in einem Unternehmensjob gleichsetzt mit Sicherheit und finanziellem Einkommen. Aber ich denke, in diesen Zeiten, Zeiten des Virus und mehr als jemals zuvor, können wir sehen, dass ein betrieblicher Job nicht zwangsläufig finanzielle Sicherheit bedeutet. Sogar große Unternehmen oder sogar ganze Industriezweige brechen zusammen. Und dann, wo eine betriebliche Anstellung sicher erscheint und dich mit Einkommen versorgen mag, kann von einem auf den anderen Tag verschwinden. Und darum ist das Samensystem so großartig. Weil sie jetzt konkret jemandem anderen helfen kann, das zu tun, was sie gerne haben möchten. Weißt du, pflanze die Samen für etwas, das sie sich wünschen. Das mag vielleicht nicht so aussehen wie finanzielle Sicherheit. Aber wenn wir anderen helfen, das zu tun, was sie gerne möchten, dann können wir auch das tun, was wir gerne möchten. Und dann haben wir das unglaubliche Werkzeug in DCI, was wir benennen als Versuche, ja nicht zu raten. Fang nicht an zu vermuten, wie es sich ergeben wird. Wer weiß es schon. Vielleicht wird das, was du wirklich tun möchtest. Und ich habe den Eindruck, Kili, du weißt, was du tun möchtest. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich denke, du weißt es. Wer weiß. Vielleicht ist es morgen das angesagteste Ding überhaupt. Bist du? Und deshalb, das ist wirklich fantastisch in dem Samensystem, weil wir uns dabei genau auf das fokussieren, was wir haben wollen. Und dabei fokussieren wir uns nicht auf uns selbst, sondern fokussieren uns erst auf jemand anderen und helfen, der Person es zuerst zu erreichen. Und dann, wer weiß. Was auch immer. Wer weiß das schon. Vielleicht ist sie die nächste große Unternehmerin. Ja, das ist cool. Ja, Gisla, kannst du uns genauer sagen, welchen Samen wir legen müssen dafür, was wir nicht wollen. Wow, das ist eine interessante Frage. Also, was ist der negative Samen, richtig? Weißt du, ich war 19 Jahre in dem Diamantengeschäft und ich habe als Bote angefangen und ich habe das Büro geputzt. Ich war der Büroreiniger und ich war der Bote und ich bekam sieben Dollar die Stunde und ja, später wurde ich dann Manager und viele Leute arbeiten mit mir und dann arbeiteten tausend Menschen unter mir und ich realisierte, dass die Verantwortung in einem Unternehmen die ist, anderen zu helfen, Freude zu haben, helfe anderen Menschen in ihrer Arbeit Spaß zu haben. Wir sind auf unserer Arbeit mehr Stunden als zu Hause, weißt du? Wir sind auf der Arbeit acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden und wenn wir keine Freude haben auf unserer Arbeit, dann denke ich, pflanzen wir die negativen Samen dafür, dass wir uns nicht an unserer Arbeit erfreuen können. Kili, wenn jemand in dem Unternehmen für dich arbeitet oder selbst wenn du Kollegen hast in dem Unternehmen, versuche während des Tages mit ihnen Spaß zu haben, versuche ihnen Freude zu bereiten. Uta, hast du das Schild für den Musikmix? Uta, du hast diesen Musikmix ja? Zum Beispiel in der Peachtree Show bitten wir alle Zuhörer, uns einen Musikmix zu schicken für eine Stunde eine Spotify-Spielzeit an diese Adresse zu schicken und das ist ein Beispiel. Also hab Spaß, erfreue jeden und dann denke ich, wirst du deinen Job mehr lieben. Was denkt ihr? Was denkst du, Uta? Ja, ich habe noch eine andere Idee. Weil, wenn wir die Unternehmenswelt verlassen wollen, wo ich nicht denke, dass der Fall bei Kili ist, möchte ich trotzdem darauf hinweisen, weil ich finde, das ist zu dem, was Geshe Michael gerade gesagt hat, passt, wenn wir die Unternehmenswelt verlassen wollen, weil wir dort die Unternehmenskulte nicht mögen, vielleicht weil sie unethisch ist oder so ähnlich oder die Menschen in der Branche dort lügen oder ähnliches, dann müssen wir vorsichtig sein und das erst einmal in unserem eigenen Herzen bereinigen, weil wenn wir diese Aspekte mit uns tragen, werden wir das gleiche erleben in unserem Nichtjob oder in unserer neuen Branche. Das ist eine sehr wichtige Betrachtung, die man machen muss. und Kili, ich glaube nicht, dass es in deinem Fall jetzt zutrifft, das ist nur im Allgemeinen etwas sehr Wichtiges, das wir zu bedenken haben. Ja, für mich, um eine Branche zu verlassen, Kili, das Erste, was du machen musst, ist, einen Vier-Schritte-Plan zu machen für finanzielle Freiheit und dann gehe Schritt für Schritt und bewege dich darauf zu, was du haben möchtest. Für mich ist das einfach. Mach die vier Schritte, um Geld zu pflanzen, um die finanzielle Freiheit zu pflanzen. Wenn du genug hast, kannst du langsam weitergehen, was immer du dann auch haben möchtest oder sogar, um anderen Menschen da draußen zu helfen. Das ist ein großartiger Job. Ich mache es und ich freue mich darüber. Es macht so viel Spaß. Du wirst es lieben. Davon bin ich überzeugt. Ja, ja, also, ich bin 67 Jahre alt und hatte viele, viele Jobs in meinem Leben und ich habe einen Vorschlag. Deine Idee, diese Frage zu stellen, ist eine sehr gute Idee. Du solltest versuchen, deinen Traum zu verwirklichen. Sitze nicht im Büro eines anderen Unternehmens und fühle dich dabei unglücklich und sitze dann dort für viele Jahre und bist nicht glücklich. Wenn du Mr. Binns vier Schritte lernst, dann kannst du alles machen, was du machen willst. Träume, große Träume, wie Mr. Binn, all diese Häuser baut für viele, viele Menschen. Träume einen großen Traum und realisiere einen großen Traum und sei nicht ängstlich, einen großen Traum zu verwirklichen. Sitze nicht in einem Unternehmen, wenn du dort unglücklich bist. Geh und forme deinen großen Traum mit den vier Schritten. Ja, Uta, hast du weitere praktische Vorschläge für Kili? Ja, ich möchte auch gerne noch einmal betonen, Folge deiner Passion und das Fantastische an diesem System ist, du hilfst erst jemand anderem, deren Passion zu folgen und das ist etwas, was dich tatsächlich erfolgreich machen wird und ihr beide werdet eure Passion finden können und das wird so viele Menschen inspirieren und dabei immer daran zu denken, dass du den Traum, Träume verwirklichen zu können, so vielen Menschen, unzähligen Menschen widmen kannst und das ist etwas, was sehr glücklich macht, zu denken, dass du es tatsächlich für so viele Menschen machst und natürlich, das wird dich sehr weit bringen, weil du deiner Passion folgst. Ja, ja, also ich denke, das alles hat dir viele gute Tipps gegeben und ich möchte es jetzt mal zusammenfassen, dass du gut folgen kannst. Das Erste, erfreue dich an dem, was du tust. Unterstütze die Angestellten, sei lustig mit ihnen, sodass du das, was du in der Zukunft tun wirst, mit Freude machen kannst. Das Zweite, mach die vier Schritte, um deine finanzielle Freiheit zu pflanzen, damit du das Geld bekommst, welches du dir wünschst. Das Dritte, folge deiner Passion, verfolge einen großen Traum, weißt du, gehe deinem Traum nach und dann wirst du mehr und mehr Menschen erreichen, damit du ein glückliches Leben führen kannst. So, ich denke, das sind sehr praktische Tipps und dann tue jeden Tag etwas ganz Kleines. Das funktioniert perfekt, wirklich. Sehr, sehr kleine Dinge. Tue es. Das ist so sehr einfach und vergiss nicht, die Kaffeemeditation jeden Abend. Also ja, danke für deine Frage. Sie ist sehr interessant. Und ich hoffe, ich habe noch eine Einladung für die Leute. Diesen Monat fangen am 19. Mai online 65 fortgeschrittene Klassen an. 65 sehr tief reichende Klassen über das alte Wissen aus den alten Büchern. Sehr schwierige Klassen, sehr lustige Klassen. Du wirst sie lieben. Du wirst Kopfschmerzen bekommen und du wirst viel lernen. Also bitte komm, okay? Ja, herzlich willkommen zu diesen speziellen Unterrichtstunden mit Geshe Michael. Sehr interessant. Ich liebe deine Unterweisungen, Englische, Michael. Ja, nun, ich habe auch noch etwas. Oder soll ich es am Schluss zeigen? Nein, ich zeige es jetzt. Ja, das ist gut. Wir würden gerne mehr Fragen erhalten von Singapur oder anderswo. Bitte sendet sie an seedquestion at diamondcutterinstitute.com Wir würden so gerne mehr von euren Fragen hören, um uns inspirieren zu lassen und uns selbst zu helfen. Es sollte senkrecht sein. Also das Video sollte im senkrechten Format sein und nicht länger als 30 Sekunden. Mr. Bin, hast du eine neue Frage für morgen? Ja, wir haben eine neue Frage von einer Dame aus Russland. Also hört hier die Frage, bitte. Hallo Geshe Michael, mein Name ist Pili und ich bin aus der Republik Tuva in Russland. und meine Frage ist, in letzter Zeit bin ich sehr unsicher geworden und ich fühle mich sehr unwohl und schüchtern Menschen gegenüber. Es ist sehr schwierig für mich zu kommunizieren, sogar auch um ein Gespräch mit einer Person zu beginnen. Was sind die Samen dafür? Das Gegenteil davon zu sein, mehr gesellig zu sein, mehr kommunikativ zu sein. Danke. Ja, das ist eine Frage für uns alle. Wir werden diese Frage an unseren nächsten Sprecher geben. Wir sehen uns morgen am 13. Mai. Okay. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Mit Penny und Wang Sha. Wir sehen uns am Donnerstag. Ja, genau. Bis dann. Tschüss. Und habt einen wundervollen Tag. Danke, Mr. Bin, und danke, Uta. Tschüss, Bin. Tschüss, Gesche-Michael. Bye, Bye, Bin. Bye, Gesche-Michael. Schön, dass Sie heute dabei waren bei der Peachtree Morning Show. Bis zum nächsten Mal.